Hallo liebe Onlinegeister, wieder ein kurzer Quickie, diesmal mit Torsten Kirchhoff von der Netzwerkstelle des Netzwerks Medienkompetenz in Sachsen-Anhalt. Kurzes Hallo. Wunderschönen guten Tag, Kirchhoff hier, ich grüße Sie. Und warum habe ich den Torsten eingeladen? Netzwerk Medienkompetenz gibt schon so ein bisschen diese Richtung vor. Ich selbst bin ja sehr stark als Schriftarchitekt bei der Agentur an sich tätig im Bereich Workshops, Weiterbildungen und habe da halt auch immer wieder mit diesem Thema Medienkompetenz zu tun. Merke einfach, Generationen geschlechterbildungsübergreifend ist vielfach einfach so ein Problem zu erkennen, dass viele Menschen einfach keine Ahnung von moderner Technik haben. Da ist der PC, das Smartphone, das Tablet oder eben solche Sprachassistenten, die es da jetzt auch zuhauf gibt. Das sind so diese Zauberkästen, wo man drinnen teilweise keine Ahnung hat, was eigentlich vorgeht. Ich meine, ich sage, okay, Google oder Alexa, mach irgendwas für mich. Die können das dann, aber warum das gemacht wird, wie das alles funktioniert und dass zum Beispiel diese Systeme an einen Sprachassistent ja ständig mithören, damit sie auf ihre speziellen Sprachkommandos zum Starten reagieren können. Das ist bei vielen offensichtlich gar nicht drin, in der eigenen Kompetenz, also einfach diese medialen Abläufe, dieses ganze System. Und da gibt es unter anderem in Sachsen-Anhalt, aber da würde ich den Thorsten einfach mal sofort kommen lassen, auch einen speziellen Aktionstag. Wir hatten ja mal kurz darüber gesprochen, das wäre dann der Tag der Medienkompetenz, richtig? Genau, das wäre sogar der zweite Tag der Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Wir haben den letztes Jahr am 23. November zum ersten Mal durchgeführt und wollen den jetzt dieses Jahr aufbauen und auch wieder am 23. November stattfinden lassen. Und worum geht es genau eigentlich? Beim Tag der Medienkompetenz hier in Sachsen-Anhalt geht es letztlich darum, all die Akteure, die im bereits vorhandenen Netzwerk Medienkompetenz sich wiedergefunden haben, sichtbar zu machen und zu würdigen mit ihren alltäglich stattfindenden Aktivitäten. Okay, und wie äußert sich das Ganze dann? Also gibt es dann an dem Tag spezielle Workshops, Tag der offenen Tür bei irgendwelchen Organisationen oder wie wird das so in etwa begangen? Genau, das wäre letztlich das Ziel. Also wir sind schon seit Frühjahr dabei, die Akteure, die sich als Akteure hier im Land verstehen oder all diejenigen, die auch Interesse daran haben, an der Forderung von Medienkompetenz zu erreichen, Ideen entstehen zu lassen an diesem Tag. Entweder ein Workshop, ein Projekt oder eine Studiosendung in einem offenen Kanal zum Beispiel oder auch in einem speziellen Radio. Oder die Workshops an einer Ganztagsschule, die sich mit der Vielfalt der Medienwelt beschäftigen, dort zu präsentieren. Das darf halt wirklich alles sehr, sehr vielseitig sein. Das spricht letztlich auch Häuser wie die Volkshochschule an, die dort mit einem speziellen Programm an diesem Tag vielleicht auch erwachsene Senioren in die Einrichtung holen, um eben Fragen der Medienwelt einfach mal behandeln. Das kann praktisch sein, das kann theoretisch sein. Also die Vielfalt ist da eigentlich ganz offen. Wir möchten das niemandem vorgeben. Wir möchten auch nicht unbedingt, dass da so viel Zeit investiert werden muss, dass man was Neues erfindet, sondern es soll letztlich das, was tagtäglich auch über das ganze Jahr hinweg an den Einrichtungen stattfindet oder auch, was die Selbstständigen im Land letztlich anbieten, an diesem Tag einfach mal Thema werten, sichtbar werten und bestenfalls dann auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Mit dem Ziel, dass Medienkompetenz im Land als wichtig erachtet wird, dass man für das Potenzial sensibilisieren kann und künftig vielleicht auch mehr an Strukturen geschaffen werden kann, um sowohl im schulischen Rahmen als auch im außerschulischen Rahmen Medienkompetenz zu verorten. Das heißt natürlich, dass wir auch ein klein wenig den Blick Richtung Medienpolitik immer mit wagen. Da haben wir jetzt auch in letzter Zeit mit der digitalen Bildung innerhalb der digitalen Agenda Sachsen-Anhalts einige Bemühungen vorzufinden und werden, denke ich, dort auch gemeinsam zeigen, was es gerade für Ideen gibt, für Aktivitäten und Bemühungen, das in Zukunft noch weiter auszubauen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, coole Aktion. Am 23. November und generell, wo kann man dich überhaupt erstmal finden? Also gibt es wahrscheinlich dein Programm etc. pp. Also gibt es da so eine zentrale Website beispielsweise, wo ich das alles nachschauen kann? Genau. Es gibt eine kleine Website seit letztem Jahr, die nennt sich www.medien-kompetenz-netzwerk.de. Alles zusammengeschrieben? Ja, genau. Alles zusammengeschrieben. Dieses Projekt oder diese Initiative haben wir jetzt mal ausnahmsweise nicht auf unserer zentralen Webseite www.medien-kompetenz-netzwerk.de verortet, sondern wollten einfach mal wirklich da einen ganz eigenen Raum schaffen, weil wir ja auch noch nicht ganz wissen, wie sich das in den nächsten Jahren mitentwickeln wird. Und wir momentan ist das halt schon noch ein recht hohes Ziel, was wir uns da gesetzt haben, konnten das aber beim ersten Medienkompetenztag 2016 auch schon schaffen, mit 30 Aktionen doch eine recht breite Vielfalt darzustellen an diesem Tag. Perspektivisch kann es sein, dass wir sogar um diesen Aktionstag herum auch nochmal eine zentrale Veranstaltung stattfinden lassen. Das kommt ganz darauf an, wie eben dann auch das künftige Interesse und auch die Zeit und Motivation aller Mithürfungen da sein wird, um das noch mehr Richtung medienpolitischen Entscheidungsträgern auch mit heranzutragen. Das wird sich in den nächsten Jahren letztlich zeigen. Grundlegend werden die Aktivitäten des aktuellen Jahres dann auf der Seite dort in einer Liste von Aktionen zusammengefasst, die an dem 23. November stattfinden oder zumindest die Ergebnisse dort präsentiert werden können. Und was auch immer letztlich dann dabei an Ergebnissen rauskommt, ob das in Form von Texten, Fotos, Videos oder sonstigen Projektergebnissen der Fall sein wird, das kann man dann dort nach dem 23. November nochmal umklagen. Cool. Dann vielen Dank nochmal. Ich werde auf jeden Fall den Link noch online reinstellen bei unseren Shownotes zur aktuellen Folge, dass wir da nochmal gucken können. Nochmal kurz ausgesprochen, welche Adresse ist das? www.medienkompetenztag.de Okay. Und das macht jetzt Sachsen-Anhalt oder ist jetzt erstmal nur in Sachsen-Anhalt als Pilotprojekt oder gibt es das auch in anderen Bundesländern? Den Medienkompetenztag gibt es tatsächlich auch in anderen Bundesländern. Schon seit, naja, so geführt ungefähr fünf Jahren. Also Nordrhein-Westfalen ist da Vorreiter, wenn ich mich nicht stark täusche, auch in Hessen. In Nordrhein-Westfalen wird es tatsächlich ganz rege angenommen und sogar auch im Landtag dort präsentiert. Und das heißt, man ist direkt auch bei den Entscheidungsträgern vor Ort, um die Relevanz des Themas dort vorzubringen. Okay. Also insofern für unsere Hörer aus NRW und der Hesse. Bei euch gibt es bereits Medienkompetenztage mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Also in NRW auf jeden Fall. Dann auch schon jetzt so ein bisschen stehende Institutionen. Sachsen-Anhalt ist denn jetzt also Dritter im Bunde, könnte man sagen. Ja, ich glaube, wir sind Dritter, aber ich habe es jetzt gerade nicht zur Hand, aber wir sind zumindest nicht an letzter Stelle. Okay, aber es gibt so ein paar Bundesländer, das ist es bereits, aber definitiv noch nicht flächendeckend in Deutschland. Also insofern unsere Hörer da draußen, wenn ihr in Sachsen-Anhalt wohnt oder halt irgendwo grenznah zum Bundesland, in welche Städte können unsere Hörer denn überhaupt erstmal kommen? Also wo gibt es Aktionen? Also ich nehme an, wahrscheinlich in Halle auf jeden Fall. Ja, das wird sich halt tatsächlich finden. Also es steht jetzt hier, das ist kein Plan, der von seitens der Netzwerkstelle letztlich geschaffen wird. Wir versuchen von unserer Koordinierungsstelle heraus diesen Raum zu schaffen für die Öffentlichkeitsarbeit, sprich mit der Internetseite. Wir unterstützen aber auch mit Pressemitteilungen und dann der Präsentation der Ergebnisse. Wir unterstützen auch gerne dabei, wenn jemand mit einem Projektvorschlag noch Teilnehmende sucht. Ah, okay, also kann ich jetzt auch selbst einfach sagen, hier, ich hätte Bock drauf, möchte mich da beteiligen, kann euch kontaktieren und dann finden wir schon was. Ganz genau, dann werden wir unsere zahlreichen Kontakte mit den Schulen und Kitas in Sachsen-Anhalt spielen lassen und schauen, wer für den Tag noch Interesse hat, an einem Tagesworkshop mitzumachen oder ein Tagesprojekt oder einen Vortrag mit beizuholen. Das können wir dann gerne machen, aber das kommt dann eben ganz darauf an, welche Form das Angebot hat. Das könnte ja beispielsweise auch die Medien AG der Ganztagsschule ja ganz in der Nähe sein, die dann natürlich niemanden mehr von außen zulassen kann, sich zu beteiligen. Das dann hat keine öffentliche, sondern geschlossene Veranstaltung, soll aber trotzdem gerne gewürdigt werden, weil es etwas, was jede Woche oder sogar mehrmals pro Woche stattfindet. Na, insofern, an alle Hörer da draußen, die können euch immer noch beteiligen, also egal, ob jetzt irgendwie Großstadt, kleines Dorf, alle sind herzlich willkommen. Thorsten, wie kann man euch da jetzt noch erreichen? Also kann man E-Mail-Adressen, Telefon, Rauchzeichen, was geht so? Also uns kann man einerseits über die Kontaktformulare auf der Internetseite Medienkompetenztag erreichen, über unsere zentrale Webseite medien-kompetenz-netzwerk.de oder über Telefon hier in Halle 0345 und dann die 5213 und die 0. Und natürlich auch per E-Mail, aber die ist so lang, die findet man am besten auf der Webseite. Okay, dann würde ich sagen, dehnen wir das jetzt auch gar nicht künstlich in die Länge. Ich danke dir für den Hinweis. Unsere Hörer, hier, Aufruf an euch. Ihr könnt euch beteiligen. Und insofern, Thorsten, ich danke fürs Hiersein. Aber gerne doch. Und an unsere Hörer da draußen, also Medienkompetenztag in Sachsen-Anhalt, 23.11. Thorsten Kirchhoff und Kollegen, da einfach kontaktieren, beziehungsweise auf der Seite medienkompetenztag.de schauen, wenn das Programm dann alles online ist, was man sich da so anschauen kann, wo man alles mitmachen kann. Oder wenn ihr euch selbst beteiligen wollt, dann einfach die Kontaktmöglichkeiten, beispielsweise bei medien-kompetenz-netzwerk.de, richtig? Ganz genau richtig. Und da vielleicht noch ein kleines...